Spiele-Arbeit oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber mir glaube ich gerade das Handy holen, so ungefähr. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Sag ich doch. Oh, Gegner! Wo denn? Vor dir? Okay, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nicht getroffen. Ja, ich hab's gesehen. Ich geh da jetzt hin. Ich hol mir den. Das Arschloch. Kleiner Hund. Ich glaub der ist schon weggelaufen. Ich denke der ist schon abgehauen. Ja, ja der ist schon weg. Da. Er hat schon eine Weite gesucht. Wir gehen gerade in die andere Richtung. Hier war jemand schon, weil hier eine Kiste auf ist. Das war hier schon. Auf der rechten Seite? Ja, ja. Ich bin von da gekommen. Ach so. Irgendwann landet. Irgendwann landet. Feinde landen im Einsatzgebiet. Wenn der Gasmaske braucht, hier ist einer. Gasmaske hier. Ich glaub äh nur nimmern. Ist auch keine deutschen Inhalte. Ne. Normale. Feindliche Drohne in der Luft. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Die liegen einfach mal 3500 Dollar rum. Was war das? Feindliche Drohne aktiv. Also Geld haben wir genug. Ja, wir gehen wieder zu. Ja, der Antifahren war auch hier unten. Ja, ich weiß. Er war da hinten wieder. Feindliche Kontadrohne in der Luft. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich dir. Ich hab ne Annäherungsmine für dich Junior. Ich hab zwei Stück. Da haben wir nur zwei Sätzen. Ja. Die Feinde haben eine Kostron-Anhäherungsmine hier. Also jetzt ist komisch. Wir sehen eine offene Stelle im feindlichen Netzwerk. Ihre Uplinkstationen finden und wieder zur Richtung. Das ist hier die ganze Zeit gelaufen. Und jetzt läuft der wieder nicht mehr. Jetzt läuft der wieder? Ja, ist halt der Stick. Ja, das liegt nicht. Hintenüber. Halt. Hast du Geld? Ha? Nein, hab ich nicht. Geld, Geld, Geld. Äh. Peter hat meine Kontrolle in der Hand gehabt. Und da fühlt sich gut an, ne? Hm. Sag dir, wenn du einen neuen hast, gib mir den mal zum Spielen. Ja, kannst du geschenkt haben dann. Weil, braucht den ja nicht mehr. Und verkaufen will ich den nicht, weil... Ich bin sehr meckert, jemand rum. Hier, dies und das, weiß er. Kein Bock drauf. Hast du einen geholt? Ja, ja. So. Sie gehen meine Waffe sehen. Ach stimmt, ich will auch die Waffe hier haben. Ah. Was war das? Ne, hier ist irgendwas kaputt gegangen bei mir, glaube ich. Ist der Kiste geholt? Ja. Ja. Hast du dich jetzt aufgeholt? Mh, nein. Da hab ich die hier hingeworfen. Ne, der ist woanders. Ah, hier. Nee, ich hab's... Da muss ich hier und einer, kack. Ne, wir können halt gleich da hinten drüber laufen, ne? Ja, ja. Granaten brauche ich nicht. Warum habe ich Granaten dabei? Höchst damit. Feindliche Drohne in der Luft. Feindliche Drohne aktiv. Oh, ich kaufe mir mal meine eigene Waffe noch. Die andere. Zack. Da lag auch ne Muni-Kiste. Nicht gesehen. Oh, ich gleich. Nutzen. Mal. Irgendwo war die. Geht jetzt in die Sicherheitszone. Ja. Nee. Irgendwo ne Muni-Kiste zu sehen gehabt. Peter, mach Platte rein. Ach. Platte. Oh, jemand schießt auf mich. Ich weiß nicht von wo. Kannst du dir nicht sagen. Ohhhh. Hast du mich jetzt geschossen? Ja. Das ist ein Hund. Ohhhh. Das ist so ein Hund, ne? Das ist so ein Hund, ne? Lass uns den mal zusammen schlagen. Beim nächsten Mal, äh, beim nächsten Mal Strafarbeit schläppst du alle Steine alleine, ne? Dann musst du Bescheid machen. Ja, ja. Kein Problem. Ja, einmal muss ich nochmal Platten wegdrehen. Ich hab Muni-Kiste. Wenn ihr braucht. Was musst du machen? Einmal muss ich noch Platten wegdrehen. Ja. Da. Hier ist einer. Hilfe, komm mal. Der ist hier, weiß ich nicht. Hä? Hab den. Aber der hättest eigentlich in meine Dings springen müssen. Ah, hier ist noch einer. Zone, Zone, Zone. Ja, ja, der hat nicht mehr viel. Der liegt. Der macht. Aber da ist noch einer. Ja, den hab ich. Der heilt sich. Der heilt sich. Verstanden. Der ist da reingekrabbelt. Der ist da reingekrabbelt. Da ist noch einer. Okay. Habt ihr. Sehr schön. Alle kaputt schlagen. Ich hab aber nicht verstanden, wie der eine das überlebt hat. Der ist über meine Dings weggeflogen irgendwie. Alle gebixt. Deine Hunde. Alles Hunde. Alles Hunde. Hunde. Die kommen auch nicht wieder, weil die alle drei geholt haben. Ja, 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 ja. Ja. Aber genommen durch Gold. Also, mit Dings. Zone wird's aber wahrscheinlich irgendwo draußen, ne? Scheiße. Leider ja. Jagdauftrag hier. Er könnte bei euch drin sein, da irgendwo. Ja. Bereit, dann hat das Wiederauferstehungsfenster schließt sich. Oder? Nee, ja. Ja, ja, bei Lunger. Sicher? Doch. Wir sind in der Zone, ja. Nicht mehr in den Auftrag. Hat gerade einer gekillt? Ah. Ja, ja, ja. Da war die Leiche. Die Leiche ist da runtergerutscht. Das hab ich gesehen. Wir haben noch einen Prezi. Prezi, Mörser. Ja. Ja. Der Börder hat auch. Oh, mach mal hier den Wurfstern. Egal. Verhalte ich den Wurfstern. Der hättest du weiter vorschmeißen müssen. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Er braucht die Munition? Nein. Nö. Hier ist auch noch ne Dingskiste. Munikiste bei mir. Ich hab auch noch ne Kiste dabei. Nee, also ich mein, bei mir steht so ne große. Ich hab ne Munitionskiste noch. Ja, die hab ich ja auch noch. Entweder wir haben zu wenig Munition, oder wir haben zu viel. Nur zu viel. Leichter Bohrladerung. 10.000 Stück auf die Leute. Ich glaub'n wir uns. Die Wallern ist wohl nicht. Ja, ja. Mich hat wieder einer von hinten gekommen und irgendwie rüberschwemmt. Schwimmt einfach zurück zu hinten, der passt dann. Dann haben wir aus, haben wir gedacht. Aber das Gute, wir haben auch Rauch, ne? Die Fische nerven. Die Vorratskisten sind aufgefüllt worden. Ausrücken. Ich hab' kein Rauch. Scheiße. Ja, aber wir, ja. Du kannst ja mit uns ürungen. Wir können dir Rauch geben. Das füllt sich ja wieder auf bei uns. Ja, dann gib mir mal einen. Ne, beide. Kann der, kann beide haben. Gib dem beide. Reicht die Zeit, ne? Ah, ne, einer. Nein, einer. Einer reicht. Ne, noch eine. Warte. Einen geben, weil das füllt sich ja auch wieder auf. Scheiß Blattgranaten, ehrlich. Ja. Hey, wo ist jetzt hier was? Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Wir sind genau wieder in dieser scheiß Mitte, ne? Oder ist das hier noch? Guck mal. Das ist Zone. Wir müssen nicht raus. Ne. Also, die Ecke ist, äh, die Wand ist... Ja. Jaja. 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 Äh, 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 mit, äh, mit, äh... Ach, hier. Nein, da sind schon Leute. Ich hör das. Ich hör die über mir. Ja, egal. Wir müssen die killen. Nein, ich hör die. Einfach, einfach schillen. Da kommt einer. Der ist im Wasser. Ach, scheiße. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich. Angriff erfolgt. Ja, noch in der Zone. Keinen getroffen. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht, warten. Wir sind in der Zone. Wir müssen hier nicht weg. Oh, wie spielt einer? Auf den Himmel. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh, da guckt einer. Einer sieht mich. Oh, oh. Der Mörserschlag ist unterwegs. Ich habe einen Mörserschlag, klar. Gar nicht, nein. Damit sie es holen. Der holt mich aber. Ich bleib unter Wasser. Wir können jetzt gleich wieder zurück. Ja, seh ich, seh ich, seh ich. Oh. Der ist hier. Der eine Hacker guckt auf mich. Komm zurück, Peter. Oder wer blau ist. Keine Ahnung. Ich habe nur blau gesehen. Kein Treffer, kein Treffer. Ja, sind doch schon da. Scheiße, ich habe keine Panzerplatten. Ich aber. Mach jetzt. Jetzt. Jetzt wusten die da. Oh, oh. Oh, oh. Was machen wir jetzt? Zone, Zone. Kann man irgendwo sein? Ich guck gerade. Ich guck gerade. Hinter dir. Ne. Wir haben. Wir haben. Wir haben nichts. Wir müssen raus. Wir müssen durch dem Gas. Okay. Mit Maske. Geht nicht anders. Let's go. Mann, der Zonengott ist nicht medisch zu uns. Oh. 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 Ihr seid los. Geht euch jetzt zur Sicherheitszone. Wärm. Ach nein. Ich habe ihn gut getroffen. Halt dich nicht mehr aus. Geil. Geil. Juni.